Auf go 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 go! Küchenmesser and what the f*** Lucky come run einfach weg Meine Sicht hat sich grad dreimal um die eigene Achse gedreht Ah da kommt was gerade! Kletter hier hoch schnell! Ahhhhhhhh Fass komm Stamm Komm hier hoch! Oh! Ich kann nicht! Oh Mensch! Es ist tot, komm hoch, komm hoch bevor noch mehr kommen. Ich hab sogar mal geschossen, um dir zu helfen, ja? Das ist schon tot. Sechs Minuten gesündelt. Schau mich mal an. Warte. Auf 3, 2, 1, dann gehen wir, oder? Da, da, geh schnell. Rennen hinterher. Rennen. Da ist ein, da ist ein. Ey, hier hoch, schnell, hier. Kein Bock da unten zu rennen. Ich kann ja nicht, wenn du dort kletterst. Das ist voll bescheuert. Jetzt, jetzt, mach mal. Ja, wirklich, ja. Kick, Adrali, Kick, Adrali, Kick, Adrali. Das verbringt ja gar nichts, man. Oh, Mann. Ey, komm, wir gehen mal kurz. Also, laut der Anzeige müssen wir wieder runter und umdrehen und... Ne, hier lang. Wo es meine komische Revolver hin? Ich will nicht mal ausprobieren. Da ist er ja. Ja. Um Himmels Willen gehen wir nicht da runter. Guck mal, was da unten alles rumrennt. Oh mein Gott. Unter dir, direkt unter dir sind sau viele. What the fuck ist das denn? Was krabbt denn da alles rum? Ja, ach. Ich will so nicht runterfallen. Ja, dann komm hier rüber. Wir müssen da, die Straße grad aussehen, wie anscheinend. Oh, du bist die Dächer, Alter. Ohne Liss. Ohne Liss. Ohne Liss. Hä, jetzt müssen wir hier lang angeblich. Oh Mann, ich kapier' das. Ich geh' nicht, wo wir lang müssen. Ah, ah, ich, ich... Ich hab grad im Dach drin gesteckt. Ah, was? Ich bin verreckt. Was? Warum? Ich bin durch... Ich bin durch das Dach gefloren, bin deswegen verreckt. Und hab zu einem, was die muss ich so nachvollziehen. Oh, ich hätt' dir helfen können, aber ich hab's irgendwie nicht kapiert. Na, wo bin ich? Auf der anderen Seite. Okay, hier. Ich will nur hoch, ich will nur hoch, ich will nur hoch, 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 hoch. Da unten ist nix. Sicherheit, Sicherheit. Hier ist weiter breit kein Zombie. Loki, hier, zu mir. Hier unten. Iiii. Loki, komm her, Mann. Er steht nur dumm rum. Ah, mein Spiel hat sich grad gehangen. Wie soll ich da hinkommen? Gut, dann gehen wir halt hier rum, komm mit. Ist eh nicht weit. Ja, er ist wirklich immer nur bei einem 3 Meter Sturz. Was? Das sind Waschlappen, Alter. Alter, ich von mir aus, Alter. Und ich bin 16 und bin ganz klein, eigentlich. Ganz klein. Warum hab ich nur Vollzinein auf einmal? What the fuck, wie Damage macht er? Der Vollzinein geht voll ab, Alter. Hier ist ne Kiste. Ja, ich mag Schusswaffen, aber nicht irgendwie langweilig. Wäre Fleischmeister, willst du das Level 16? 200 Damage. Oh. Ja, deine Kiste hier. Pfff, okay von mir aus, aber meine Machete ist besser. Oh, hier ist wieder ne Stelle, wo dauernd die Infizierten... Oh, ne, Gegner, Menschen. Menschen, Menschen. Die haben Messer. Ach, ihr wollt euch mit mir anlegen? Ihr wollt euch mit mir anlegen? Jetzt bin ich runtergefallen, wegen dir. Wegen dir bin ich runtergefallen. Igitt. Gib mir Deckung, ich stürme rein. Wie das aussieht, ey, Igitt. Das ist ne Kraft, ey. 1200 Dollar. Oh, ein Brecheisen. Ich muss eigentlich nur her, um irgendwas zu sammeln. Was müssen wir eigentlich aufsammeln? Keine Ahnung, was... Da hat er ne Piste. Ein Messer. Ausweis. Ne, da. Familienfoto. Ah, genau, das war's. So, ich suche mal den nächsten Quest. Alter, guck mal, die Map an. Hier sind vier... Ne, drei Werkbanken in der Nähe. Ist mal nützlich. Ich bräuchte bald eine. Warte, ich... ein Snack. Trink schnell aus. Ist es zu weit? Weit. Das ist nah dran. Warte, ich guck, was am nächsten ist. Ich guck, was am nächsten ist. Ach, Quatsch. Das ist am nächsten, das können wir machen. Ich muss grad... Ich kratzen. Warte, das ist der Quest. Wie heißt der? Radio Gaga. Radio Gaga. Warte, ich wähl dich schnell aus. Radio Gaga. Ja, ziemlich bekloppter Name. Mhm, klingt die... uns sagen von Lady Gaga. Nein. Es hat die Sichel in der Stirn stecken. Boah! Was ist das nicht? Weil ich ausgewichen bin. Ey, was ist das Dauern für ein Krach? Da draußen ist so zum Kotzen. Vielleicht ist hier etwas drin. Hier ist ganz viel bei mir. Ah, es sind nur drei. Wow! Ich drehe mich oben, auf einmal bin ich voll in der Horde drin. Ey, nimm keinen Mop. Machete ist eigentlich übelst schwach. Ah, Machete. Sichel meine ich. Nice! Nein! Jetzt hab ich gebrutzelt. Wiederum zappelt. Ja, lange Luki. 75 Meter. Ey, hier waren wir doch schon mal. Da unten... Ey, wenn wir Pistol-Mutitionen... Ja, haben wir genug. Da unten sind Gangster, aber die will ich nicht unbedingt killen. Mhm. Da wär aber ne Werkbank. Ach, egal. Geil. Äh, Jar Jar Fee weiter hinten. Ich glaube es kommt durch... Ah ja, es kommt angerangelt. Was ist auch hinter dir? Ich hab's geschockt, geil. Ich hab's wärmer, das brennt in den... Oh, Alter. Ich hab's wärmer, das brennt in den... Oh, Alter. Ich hab's mit der Pistol meinen. Ich mein, Machete ist fast kaputt. Dafür gibt's bald ne Werkbank. Warum will ich ne Werkbank sehen? Wow. LOL! Wo sind die ganzen Glichtmaßen hin? Hier. Hier. In der Ecke. Ich seh gar nix. Mir kleben die eigentlich hier in der Ecke. Ich mach nen Flüschergrund. Ja, mach. Ich hab's geschlagen, ich hab's geschlagen und die ganzen Körperteile fliegen nur in irgendeine Ecke, ey. Das machen wir mir ja gerade alle da hinten. Alter, meine Sicht geht hier voll ab, wir machen einen Strumpflag nach dem anderen. Der Fleischholmen ist ja geil. Zack. Da müssen wir rein. Ja, mach auf. Der Fleischholmen ist saulustig. Deswegen was aufsammeln. Geklöpft. Jetzt hab ich so'n blödes Turmband aufgesammelt. Ich muss nur kurz die Waffen austauschen. Ah, ich hab alles. Das ist meine Machete. Äh, meine Sichel hab ich jetzt Ding. Was anderes drin und das will ich nicht. Und zwar Alkohol. Das ist der nächste Quest gerade mal. Da gibt's doch Quests zum annehmen. Da gibt's doch Quests zum annehmen. Die wir hier machen können. Die wir hier fangen können. Mal bitte. Mal bitte nicht. Computertalte? Okay. Was ist das? Wie viel ist weit weg? Weit weg. Weit weg. Ja. Small Story. Schau mal. Ich muss noch eine Pizza nehmen. Ich muss im Sand noch was einstellen. Das sieht so scheiße aus wie ein Typ in der Ecke hockt. Ich kann's mir vorstellen. So, ich hab das gerade das nächste Junkboot bekommen. Und zwar Pizza. Ah, halt! Ah, halt! Äh, wa? Warte mal. Ah, Mann. Ja, auf einmal springt er total schwul in der Gegend rum. Ah, das ist heiß. Nächste Quest ist auch nicht gut. Ey, ich glaub während des Letztes habe ich bei alles durchgefuttert. Pizza, Pizza, Käse. Warte, hier vorne sind ein Haufen Gegner. Ich schmeiß meine Dich nur drauf. Sind alle im Weg, ey. Warte, warte, warte. Unterwegs zum nächsten Quest ist auch eine Bergbahn. Ah! Wieso schießt der? Jetzt bist du tot. Dicke. Ich denk mal was lustig. Was tut der eigentlich her? Der lag auf dem Boden irgendwo mal. Bei den Gangstern. Ne, vorher schon. Headshot, lol. Ne. Headshot. Das ist tot. Er hat Magnete bei sich. Das Nachladen dauert ein bisschen. Das ist aber... Lol, da brennt was. Au. Oh, sorry. Ich war echt, ich bin im Boden drin. Pizza. Ah. Oh, hier haben wir schon mal. Ach, ey. Probantang. 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 Seine... Ey. Wir haben jetzt eine Explosionskremse. Eine Explosionskremse. Äh. Ich hab meine... Meine Sichel auf ihn geworfen. Ey, selbst immer da Fleisch. Sau wertvoll. Da kommt was an gerade hinter uns. Ich weiß. Da. Ausgebremd. Der hat einen Helm. Der reicht nicht. Der reicht nicht. Der reicht nicht. Der wollen wir nicht anwenden. Geh hinter dir. Geh hinter dir. Geiß. Keine Ausdauer mehr. Ja, gleichfalls. Meine Machete ist so gut wie kaputt. Geh mal weiter. Geh mal weiter. 100 Meter ungefähr. Und hier ist eine Werkbank. Und hier ist eine Werkbank. Boah. Ach, das hat ihn gekillt, Leute. Gekillt, Leute. Was? Mit einer Gewollbahn. Nein. Meine Machete hat ihn gekillt. Nein. Machete sag ich so. Ich sag immer Machete zu dir. Hier, Werkbank. Ich muss nämlich echt mal meinen Kram reparieren. Okay, reparieren, reparieren, reparieren. Oh, den Fleischkolben zu pimpen würde 900 kosten. Egal, so toll ist der eh nicht. Der ist ganz lustig. Lass den Zombie, ich will abwerfen, ich will abwerfen. Mach doch. Abwerfen, 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 abwerfen. Michael Jordan. Mobbt es jetzt das Vieh. Will auch. Schnapp's dir. Dusche. Ah, weiß was. Schießt, ruf. Ha? User left your channel. Das war vielleicht. User left your channel. Weil wir nichts mehr gesagt haben. Ha, ha, ha. Ich hab keine Muni mehr fast. Oder fast keine mehr. Ey, die ist sicherlich besser wie meine. Und ist ein Level niedriger. Ey, das ist ein Explofer. Warte mal, ich will mal auf dem Explozer ballern. Wow, ein Sch... Ich hab mit einem Schuss ein Zombie gedamaged. Ey, da kommen Zombies mit Nahkampfwaffen. Unfair. Sehr unfair. Brecheisen dafür. Alter. Wie? Die Zeitung war aber geil eben. Die war echt geil von mir. Böse Sichel. Toll. Ahaha. Dankeschön. Ahaha. Dankeschön. Dankeschön nochmal. Oh, ist ja gut. Egal. Da ist irgendein Quest zum annehmen. Ja, da müssen wir in ne Runde ausfeilen, weil da die Cops sind. Oh Gott. Ja, ich weiß. Da müssen wir viel später hin. Ähm, da kommt gleich die Cops. Hier ist einiges an Zombies. Na ja, vier Stück. Ja. 880 Schaden. Alter, ich bin gut. Ich tritt in den Arsch, ey. Boah. Ja, es hat mich gebissen. Du bist down. Oh Mann. Ja, nee. Gut, zum Hut auslassen. Ich bin's immer gewöhnt, dass man seine Waffen verliert, ey. Wenn man stirbt. Das ist der Quest, den wir ganz am Anfang von dem Russen da, von Nikolai angenommen haben. Ja, den muss man hier abgeben. Ja, den muss man hier abgeben. LOL. So, und jetzt warte. Der Quest. Das sind 400 Meter, das ist zu weit. Machen wir den hier, oder? Ja. Hm. Ich hab grad denselben nochmal aus. Schmerz davon. Bei dem Quest hab ich irgendwie keine Anzeige, wo der sein soll. Ja, ich bewirke wenigstens was. Das macht das Let's Play zuschauen nicht nur süchtig, sondern auch hungrig. Hahaha. Können wir hier lang. Was denn? Wie? Das ist zwar auch weit, aber egal. So in derselben Richtung eigentlich. Ah, mein. Hä. Hahaha. Okay, ich hatte schon volles Leben eigentlich. Mal reparieren. Super. Wie alt nicht, was? Warte. Wie die heißt. Letzte Chance. Was ist das mit dem Poster und dem? Jojo. Da brennt's wieder mal. Ah, das ist viel weit als ich. Oh mein Gott. Das ist nicht gut jetzt. Warte. Geh weg. Geh weg. Boom. Dreck eisen drangeschmissen. Ich kann jetzt nicht mal rückwischen wie. Rückzucken. Das sah geil aus. Iiiiih. Iiiih. Der kommt in ihn drin und der Arme auch. Iiiih. Äh. Meine Machete ist. Meine Sichel ist irgendwie nicht da. Uncool. Ich will meine Sichel haben. Wo können die die denn sein? In irgendeinem Vieh steckt die drin. Ich will meine Sichel haben. Ich glaube in dem hier. Hier ist nimmer. Hier ist das Sichel. Oh. Hab ich mich vertan. Mh heh. Na mal. Ich fett nicht weg. Du hast umzufallen. Der brennt. Der brennt. Der brennt. Mh heh. Wow. Das war ich. Das Messer. Jetzt nicht mit der Ahnung. Jetzt hab ich das Billigmesser eingesammelt. Jetzt kann ich's gleich wieder wegschmeißen. Das böde Messer. Das böde Messer. Das böde Messer. Dränkeautomat. Na. Ich will mir was zu trinken. Ich auch. Warte ich glaube hier vorne liegen sowieso standardmäßig. Ja. Wir wären drei Energies gewesen aber. Hä? Was. Ich kann nicht tun, auf Cross. Naja. Nicht rüber laufen. Oh Gott bin ich böse. Ich bin auf der anderen Seite. Ja. Häh. Ach, an einem Haus fahren zuerst die ersten Infizierte oder so wahrscheinlich. Was ist das? Das ist einfach nur, dass man nicht über die Straße rennen darf. Achtung, da vorne. Und Exploder an der Seite, scheiße. Kümmer du dich um die Seite an der Seite, aber ich glaube der Rammer geht auf dich. Ich renke mal auf. Hey, guck her du Wichser. Er geht auf dich, pass auf. Ich habe meine Sichel daneben geschossen. Scheiße, toll jetzt meine Sichel nicht da. Keine Muni mehr, Waffe wechseln. Meine Sichel ist irgendwie weg. Das ist nicht gut. Autsch. Mach dich bereit, ich schmeiß gleich eine Handgranate. Wenn die... Ich hab schon, ich hab schon. Okay. Koppel, aus. Andere. Au. Mann. Ich bin gleich tot. Achtung, rechts. Ah nein. Ja, steil. Deckung. Ich bin tot. Okay. Ja. 26 Dollar kam aus dem raus. Meine Sichel ist weg. Ich hab meine Sichel irgendwie daneben geworfen und sie ist verschwunden. Ich will dir jetzt suchen. Wo hast du dich geworfen? Warte. Du musst doch hier irgendwo liegen. Nein. Da hinten ist sie. Ganz dahinten? Bist du mich verabschieden? Wie ist sie hier hingekommen? Oh, da sind Pro-Auto und Pro-Pan-Tanks hier, ne? Ja, ach ne, wie immer. Pro-Pan-Tanks. Ich mag dir Fleisch kaum ne, ich pimp den gar nicht erst. Kann ich irgendwas upgraden? Kann ich die... Nee, gar nicht. Ich... Ein Draht fehlt mir zweimal. Zweimal. Jetzt hätte ich die sich erlege, weil die besser ist als meine Dicherzeit. Aber egal. Aber egal. Fassung, hab ich ne Tigel in der Hand? LOL! Okay, ich hab den Revolver im Inventar ausgewählt, ja? Hab nen Propkarten. Schon mal einer legen, nimmt auch auf einmal dich den Tigel. Ah, Entschuldigung. Da sind ein Level 13er Billighammer. Mhm. Okay, jetzt bin ich sicher nicht zu der Faule. Kann man da drauf ballern eigentlich? Bringt das was? Weiß ich nicht. Probier's mal, hab ich nie ausprobiert. Nee. Tu mal weg und baller drauf. Ja. Schmeiß mal in irgendeine Ecke. Ja, weiter weg. Sekunde, der fliegt nicht so weit wie der Pro-Pan. Nicht wirklich. Also gar nix. Aber der ist voll. Der ist Benzin drin. Ja. Haben wir sinnlos ein paar Pro-Pan-Dinge mit. Lass mal gucken, ob wir da hinfahren können. Ich glaub's nicht. Die verdienen wir sowieso wirklich die Dinger. Innerhalb von zwei Minuten. Ja. Ich will da mal aus Versehen gegen irgendeine Exploder-Fahr wahrscheinlich. Ne. Bitte nicht. Ich glaub da können wir wirklich sogar hinfahren. Lass es bitte block. Ah fuck wir müssen aussteigen. Wir müssen hier aussteigen. Exploder. Ja. Mach also ein Pro-Pan-Tang drauf. Aua. Die sind gerade alle Dinger runtergefallen. Lass ihn hier hängen. Nice. Ähm. Eine Frage. Siehst du auch, dass die hängen an der Wand, die Propan-Tangs? Ähm. Ja. Okay. Mysteriös. Die bewegen sich. Warte, warte. Warte, warte. Oh man. Toll. Ich geh mal zum Exploder. Ich geh mit. Wir werfen zwei drauf. Ich geh wirklich zu ihnen. Das sieht auch so scheiße aus ey. Also die Animationen von den Charakteren sind echt faked. Hallo Exploder, ich hab's ein Geschenk für dich. Ich frag mich echt wie man so ein Propan-Tang so weit werfen kann. Toll. Toll. Munitionsverschwendung frei hier lang müssen wir nur gehen. Schwer schwaches Hammer-Messer. What the fuck? Ja. Ich geh mit dir ab. Hier unten. Ich geh mit dir gleich noch mal. Hier unten. Super. Loll. Hilfe. Weil du wieder irgendwo gammelst. Ja. Mal spielen. Ja, ich merk's. Ich muss mich healen. Alle rund mal mit euch. Ich hab kein Spiel gezahlt. Runter. 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 Alter. What the fuck? Ja. Ich geh nie hier ab. Mann. Ich bin fast verweckt eben wegen dem Scheiß. Alter, du pumpst mich hier grad mit Medikamenten voll. Was zum? Da rekt ihn jetzt mal. Ja. Oh. 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 Der Kopf zerplatzt. Hey, lass mich hoch. Ich fick damit schon ein Gift. Oh. Oh. Was war das für eine Scheißaktion Holzbrett. Ich will von dir. Ich weiß. Irgendjemand stupst mich hier an MTS. Hey. Wake up. Ja. Ich weiß aber nicht wer es ist. Mir auch irgendwie egal grad. Das ist die Scheißstelle. Nein. Das ist eine andere Scheißstelle. Boah. Alter. Wie knapp das Krawat. Der hat sein Messer nach dir geworfen. Ich weiß. Das ist irgendwie gemerkt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was zum? Oh mein. Das stinkt. Ja, hast recht. Brutzel zu Tode, man. Da ist ein Schläger da hinten? Ja. Wollen wir den killen? Warte. Ich mach die Zombies hinten mal alle. Ich helfe dir. Ja, der Schläger ist eh langsam nicht saug. Exekution. Das ist der Exekution sagt. Hallo Exekution. Daneben nett. Hallo Schläger. Der Fleischkomm ist doch ganz witzig. Aber der Wichser Helm, der bringt irgendwie nix bei dem. Ich kümmere mich grad hier in den Schläger. Ja, ich mach mit. Achtung, nicht werf. Ich bin gleich wieder tot. Steh auf, ey. Stunden später. Bleib mal stehen. Nein, ich hab mich doch selber. Oh Mann. Ja, renn wir doch nicht vor der Fresse. Ich geh doch mal ab. Ich hab hier nicht gewollt. Alter. Was ist das, ey? Was ist das? Was ist das für ein's? Was ist das für ein's? Das schmeiße ich auf. Wie viele Messer schon in dem drin stecken. Du Penner, nervst du Weißt du was? Haha Hä? Ja, ist wieder genau im selben Moment direkt Ja, weil ich ihn erschossen hab Das war mir zu dumm Das kann ich nicht sehen, weil er Kopf Zum Boden liegt Mit dem Gesicht auf dem Boden liegt Bei mir nicht Oh, das krieg ich so Alter, der war echt mies eben, der Scheiß Ah Hä? 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 Der wurde angestürft und der selbst entheckt mein Spiel einfach mal Äh, oh Mann ey Achtung Der Schläger eben, der hat mich irgendwie angequotzt Der, der da vor mich noch mehr Weil der hat mich zweimal da umgeschlagen Ach, den kann ich nicht hier Ich weiß, das war nicht hinter mir, das war vor meiner Fresse Oh Gut, bitte, dann hält mich halt nicht mehr Nein Wenn du schon selber kannst Der großer Junge Ich lass mir mal Snacks füttern Ich sag da gar nichts mehr Lass mich Snacks und Früchte futtern Wir müssen außerdem hier lang, okay Nee, du brauchst deine Vitamine, du frisst nur Früchte Okay Nee Jetzt kommt die hinterher, super Ja, im Bett, ey Hä? Was? Ja, ich hatte ne Nahkampf-Bug für ihn in der Hand Das lebt noch Oh 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 Ich bin nicht im Steckenbrenn im Arsch Tja Ich sag genau in der Hülle Neunzehnter besser will ich nicht Oh